Und? Nimm auf! Voll der Verrückte, Alter, wie der Pferd macht! Gib ihm, Alter! Was umgebracht hat! Im Dorf! Wow, Auto! Entwurmling und ohne Führerschein! Auto fährt mit Benzin nicht mit Führerschein! Ja, schon lang! Aber wie, Alter? Alter, das Video ist geschickst zum Bullen! Wie der Drift ist hier manchmal! Vivo als Fahrrad! Ja, Mann! Boah! Vorher in der Schule, fast gegen so'n scheiß Fahrrad, ja! Oh! Ich guck am Grad! Ja, schöne Gang schalten! Hier ist wieder glatt! Ja! Doch! Oh, oh! Ah! Oh! So, das war mir noch... Nach dem Auto beim Sport ging, Mann! Na, Mann! Wollen wir mal! Wollt 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 mal! Ich bin nach Hause, Mann! Nach Hause? Ja, Mann! Ich bin auch mal nach Hause! Neck mich nach dem Arsch! Wohnt doch hier, komm wir fahren zurück hier. Fertig fahren? Da wirst du. Du hast den Weg gespacht, ey. In dem Dorf erfährt man 100. Lass du noch fahren. Keine Muck hier, Mann. Klingt aus. Macht die Heizung aus, Alter. Ja, da ist kalt, Mann. Macht sie aus? Nicht kalt. Alter. Ich habe Kopfschmerzen von der Scheiße. Ja? Ich habe schon Kopfschmerzen. Voll leise, Mann. Alter, langweilig. Keine Mose hier in den Kopf. Nee, nee. Nee. Das ist eine Idee, Alter. Willst du Shit machen, Mann? Ja, das ist ein kleiner Radweg, Alter. Ich habe geflugt hier. Ist hier irgendwo Wasser? Nein, keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht. Ja, oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, da geht schon weiter. Oh, das ist jetzt drauf, ey. Ja, da war. Ja, da war's noch gut, auch. Muss ich was reichen. Wenn er unter Schutz und verkauft hat, macht er auch nichts. Das ist Schluss. Nee, da. Hier ist wieder die Donau. Was ist das? Bach. 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 Ja, von Hartwig in seine Fikker ein bisschen wieder rein, Mann. Wohl. Hartwig, leid war. Guck mal, was da so geht. Hartwig zurück nach Zuckling, oder? Ja, war. Geht's. Ist ja nicht. Muss ich aber echt los machen. Wett den Bullen, Alter. Nee, die Bullen, die fahren da oben lang, Alter. Leck mich mal. Das ist echt. Dann gehen wir eben eine Schnellgas durch, ja. Das ist eine scharfe Kurve davon aus, oder? Nee, ich fahre mit dem Roller so oft lang. Ja, genau. Weiß ich schon. Genau, schon fahren wir jetzt noch Roller. Ah, der dreht ganz leid. Ach, ha, ha, ha. Ist das immer ein Beflugland, oder was? 2 cm Blatt waren, das. Sieht so aus, ey. Ja, und wie, Mann. Geht's nicht um den Arsch, Mann. Ich muss mit dem Roller jetzt machen, ey. Aber ich weiß ja keine Auslifft hier. Man riftet von hinten weg, ey. Ne, geil. Das ist ein Schock fürs Leben, aber auf drei Rädern, Mann. Das ist ein Frabi, Alter. Das ist ein Frabi, der legt schon dahin. Ah ja, 80, Mann. Jetzt kommt der Puckweg Gisse. Das ist ein Fahrrad, Alter. Ich bin nie die Klemmen auf. Ich glaube, was? Ja, oder? Ich hätte ja gesagt, das bleibt ein Radig. Aber den Klemmen oder kann man nicht machen, oder? Hat fast schon Griff, wa? Jetzt wirst du dich mal so komisch halten. Okay, ich kann es dir halt irgendwie da anmachen, gell? Du kannst dich da mal die Windschusscheibe an. Okay, du bist da mal dann? Nö und ich bin einer der Kackung. Du kannst dich die callation hoch machen. Ja, ich bin nicht mit dem, den Kackung und mich zur Krackung.